Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im heutigen Sportstudio. Wir haben eine prominente Mannschaft bei uns, der FC Familia. Und den Trainer haben wir gerade zu uns ins Studio eingeladen. Guten Abend. Ja, er sagt zwar nicht viel, aber er fühlt sich bestimmt wohl, weil der Trainer ihm ja tadellos sitzt. Er hat einen Sack mit Reissverschluss und dank dem Reissverschluss bei den Beinen kommt man unbehindert mit den Schuhen in die Hose hinein. Bei Coop gibt es jetzt hier Trainer für die Eliten und Senioren in der Grösse 5 bis 9, aber auch für den Nachwuchs ist gesorgt in der Juniorengrösse 104 bis 164. Das hochelastische und strapazierfähige Gewebe aus 55% Baumwolle und 45% Nylon macht wirklich alles mit und ist äusserst pflegeleicht. Die Trainer für die ganze Familie gibt es in den Coop-Sender und Coop-Warenhäusern, wo diese Plakate hängen. Und zwar zu Preisen, die für diese Qualität einmalig sind. Und nach solchen sportlichen Leistungen darf man sich natürlich erst recht auch ein Glassy leisten. Und bei Coop läuft jetzt gerade eine grosse Aktion mit 5 ausgesuchten Goldstar-Rahmglasse-Spezialitäten. Zu so kleinen Preisen, dass sich ein grosser Vorrat wirklich lohnt. Achtet Sie doch auf Plakate an den Coop-Schauffeistern. Da gibt es zum Beispiel die feinen Goldstar-Vanille- oder Erdbeer-Rahmglasse in diesen praktischen Vorratsdosen. Und ich habe Ihnen noch einen praktischen Tipp zum Portionieren vom Glassy nehmen wir die Glassy-Zange. Und die gibt es also auch bei Coop besonders günstig. Tauchen Sie die Glassy-Zange zwischendurch ins heisse Wasser und ziehen Sie sie dann der Länge nahe durch die Dose. So sparen Sie Kraft und die Kugeln werden schön und luftig. Und damit Sie auch für Zwischendinnen eine kleine Überraschung im Haus haben, profitieren Sie von dem Angebot. Goldstar-Schockey-Lutscher. In so einem Karton sind gerade 10 Stück. So, auf Wiedersehen miteinander. Am nächsten Mittwoch. Die Trainer gibt es jetzt bei Coop besonders günstig. Für Erwachsene kosten sie nur 39 Franken und für Kinder zwischen 19,90 und 29,90. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Katzen-Nahrung Purina Delicat für nur 1,40 Franken. Und zwei Dosen Schappi statt 2,50 nur 1,95 Franken. Den Kuchen-Blätterteig und Pizzateig gibt es jetzt 20 Rappen günstiger. Ein Glas Moccafé statt 7,50 nur 6,50 Franken. Zwei Parvienerli für nur 1,80. Und jetzt ist bei Coop Margensäufe eine Aktion. Zwei Palmolive für nur 1,10. Drei Beauty nur 2 Franken. Zwei Lux nur 1,50. Und zwei irische Frühling ebenfalls 1,50 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag zweimal 500 Gramm Spaghetti Napoli statt 2,40 für nur 1,60 Franken. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017